Das Tolle an der Aufgabe als Parlamentarische Staatssekretärin ist, dass man wirklich was machen kann. Man kann echt was umsetzen, man kann im sozialen Bereich Verbesserungen für die Menschen erreichen und ich finde das großartig und mache das sehr gerne. Also was sicherlich ein ganz großes Erfolgserlebnis war, war, dass wir die Grundrente geschafft haben. Wir haben viele, viele Stunden sehr safe verhandelt. Der Minister Huberthus Heil, ich als Staatssekretärin und den Abgeordneten. Und wir haben es geschafft, dass jetzt für 1,3 Millionen Menschen eine echte Grundrente existieren wird. Und dass viele Menschen, die hart gearbeitet haben, aber zu wenig Rente haben, eine Aufstockung ihrer Rente bekommen.